Hallo und willkommen bei Singen auf den ersten Blick. Heute habe ich leider keine neuen Töne für euch. Aber keine Sorge, mit den fünf Tönen, die wir bisher haben, kann man viel mehr an Stellen als nur Tonleiter und Dreiklang. Es gibt zum Beispiel Tonsprünge außerhalb des Dreiklangs. Die ersten beiden Töne fallen dir sicherlich leicht vom Grundton weg. Aber dann, wo soll dieser Sprung enden? Wenn du nicht weiter weißt, gibt es einen Trick. Schiebe die Noten gedanklich etwas auseinander und füge noch einen Hilfston ein. Der macht aus diesem Sprung einen Abschnitt der Tonleiter. Und den kannst du singen. Von Anfang an Das kannst du mehrfach wiederholen und dann den eingefügten Ton nur noch in Gedanken singen, aber nicht mehr laut. Wenn du das einige Male wiederholst und dir dabei selbst zuhörst, dann merkst du, dass du genau das singst, was da steht, ohne diesen Hilfston. Auf diese Art und Weise kannst du diesen Sprung meistern und die nächste Stelle in Angriff nehmen. Und auch wenn die Sprünge etwas weiter werden, kann man sich damit noch behelfen. Dann ist es eben nicht ein Hilfston, sondern eben zwei. Wieder begonnen beim Grundton. Ja, 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 ja. Wieder kannst du im zweiten Schritt die Hilfstöne nur noch stumm denken, aber nicht mehr mitsingen. Ja, ja, ja. Und wenn du das einige Male wiederholt hast, kannst du die beiden Töne wieder zusammenfügen. Fertig ist der Tonsprung. Ja, ja, ja. Auf diese Art und Weise kannst du dir diese etwas kompliziertere Tonfolge selbst erarbeiten. Ja, 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 ja. Auf dem heutigen Übungsblatt findest du sehr viele Gelegenheiten, dieses Schritt-für-Schritt-Verfahren anzuwenden. Übrigens, wenn ihr über die Übungsblätter hinaus die Möglichkeit haben wollt, euch zu kontrollieren und sicherzugehen, dass ihr auch tatsächlich richtig gesungen habt, dann gibt es die Möglichkeit, dass der Computer euch zuhört. Der kann nämlich viel mehr als Noten nur anzeigen und vorspielen. Dafür könnt ihr zum Beispiel den Capella Melody Trainer nutzen. Den gibt es für Windows und Mac. Den Link zu einer kostenlosen Testversion findet ihr unter diesem Video. Nach Installation und Einrichtung findet ihr auf der Benutzeroberfläche diesen Button. Dahinter verbirgt sich ein Notenlesekurs. Praktischerweise ist der sehr genau auf unsere Videotutorials zugeschnitten. Das heißt, die gleichen Dinge werden in der gleichen Reihenfolge vermittelt. In der Übersicht findet ihr die Übungsinhalte, die von Zeile zu Zeile dazukommen. Ich habe hier schon mal in den letzten Tagen ein klein wenig vorgearbeitet und ich würde jetzt fortfahren mit Übung Nummer 3. Sobald ihr die Übung aufgerufen habt, könnt ihr euch die Benutzeroberfläche ein klein wenig einrichten. Zum Beispiel könnt ihr den Ausschnitt wählen, den ihr seht. Ich mag es immer etwas weiter auseinander. Und ihr könnt euch schon mal die gesamte Übung anschauen, die auf euch zukommt. Ihr seht, diese Übungen sind wesentlich länger als die auf dem Übungsblatt. Ihr müsst euch halt nicht selbst kontrollieren, sondern das übernimmt der Computer für euch. Das Tempo könnt ihr euch selbst einstellen, hier unten mit dem Metronom. Ich mag es immer etwas langsamer. Dazu seht ihr hier unten links, in welchem Takt und in welcher Tonart das Übungsstück steht. Wir haben hier ein Übungsstück in Viervierteltakt und in A-Dur. Die Anstimmtöne könnt ihr euch selbst holen. Dazu klickt ihr einfach auf eine Note. Das funktioniert übrigens mit allen Noten. Sobald ihr bereit seid, könnt ihr die Aufnahme starten. Das macht ihr hier mit diesem roten Aufnahmebutton. Sobald die Aufnahme abgeschlossen ist, kannst du dich selbst kontrollieren. Cappella Melody Trainer zeigt dir das, was du gesungen hast, in dieser blauen Linie. Und dazu für jeden Ton auch, ob du ihn getroffen hast. Eine grüne Note sagt, du hast den Ton getroffen. Eine rote sagt, da hast du daneben gelegen. Du kannst dir das Ganze auch nochmal anhören, indem du zurückspurst und auf Play drückst. Und du kannst natürlich auch nochmal eine neue Aufnahme starten. Solange bis in der Übung alle Noten grün sind. Und ganz gleich, wie ihr übt. Ob nun mit Übungsblättern oder mit dem Melody Trainer. Das Wichtigste ist, dass ihr übt. Will heißen, jetzt seid ihr in der Reihe. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt, singen auf den ersten Blick. Bis dahin, wir hören uns.